Musik 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 Dear students, today we are going to learn chapter 2, Pure Substances and Mixture. Pure Substances and Mixture is the lesson that we are going to learn. The lesson is that we are going to learn pure substances, because we are going to learn the environment, and we are going to learn how to use our own, and we are going to learn how to use our own, Blüte die Aber jederzeit gibt es scheiße Menschen im Thema, dass Menschen produzieren können. In der Science, diese Tradition von einem Suddorf zu definiert werden kann, eine Substance ist zu sein, wenn es nur eine type, die Partikel produziert werden können. Burada steht nennen Sie sich aber auch. Die Zienklinik werden in der Masse gemacht. Es gibt einen Schmutz. Die Zienklinik werden nicht das aufgesehen. Die Zienklinik werden dann verantwortlich gemacht. Die Wissenschaft, in der Terms of Chemistry, ist es in der Form der Zienklinik. Die Zienklinik werden in der Zienklinik. Die Zienklinik werden in der Zienklinik, die Zienklinik werden. Die Zienklinik werden dann auch mit den Zienklinik betreffen. Wir haben zwei oder mehr Substanz, die wir, oder die sind, es gibt noch eine Mischung, aber es gibt noch eine Mischung, die wir mit den Mischung haben, die wir mit den Hormogenes und Heterogenes, haben wir mit den Hormogenes Mischung haben, wir haben uns über die Mischung zu verleihen, wie wir mit den Hormogenes Mischung haben, Which has a uniform composition throughout and has no visible boundaries of separation between the various constituents. If you want to mix up your body and mix up your body and mix up your body and mix up your body. Und wie wir die mögliche Boundaries machen können, wenn es mehr als diese Boundaries ist. Also können wir uns verbessern. Und wenn wir die Minkseher machen wollen, dann können wir ein Homosinous Mixte machen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wenn wir sie Freunde machen, sie können sie machen. So können wir die Minkseher machen können, dann können wir es ein Homosinous Mixte machen. Heterogenes mixtures A mixture in which there are varying proportions of constituent particles and the constituents remain separated are called heterogenes mixtures For example, mixture of petrol and water When I am eating my brain, I would something else like eating my brain I would like to know that I would like to know how much cancer can be used On my right hand, I would like to know what my brain Gyarhia would like to know Dann die das auch viel zu sagen. Das ist die eigene Tuon, die wir hier in den vielen Jahren haben. Aber das ist eine große Ziele für eine Heterosinous-Mekche. Die drei Jahre später, die wir hier in den Petrol haben, die wir hier in der Literaunen haben, in Betroli, die wir hier in der Putzeln, die wir hier in der Petrol haben, die wir hier in der Petrol haben, diese Daten werden nicht mehr verwendet. Das ist das, wenn du ein Heterogenes mixture und ein Homogenes mixture hast, dann ist das ein mitzir. Wenn du das mitziratst, dann kannst du ein mitziratst. Das ist ein mitziratst, dann kannst du ein mitziratst. Die Hormogenes mixture of two or more substances ist ein mitziratst. ist so schön, wenn ich eine homogenous mixture habe, dann ist das eine Pünzels wäre, dass es die Lösung gibt, dass der Produktions- oder der Liquidimation aus der Liquid aus der Liquid sind. Ein Beispiel für den Beispiel ist, wenn der Solange die Saline-Water-Hotter hat, wir haben diese Hybris hier, wenn wir hier die Hybris haben, Das ist eine solvente und eine solute als eine component. Das ist die solvente, eine solute als eine solute als eine solute als eine solvente. Solvent hat die component of a solvente, was dissolved in das última component. in It that is the component present in last amount it's called the solvent Solvent ist das, wenn man die Solution ist, wenn man die Solution ist, dann geht man die Solution. Für E.g. Schleimhater, wenn man die Wasser gibt, ist es Wasser. Wenn man die Solution ist, sollt, sollt. Solt ist ein solter, sollt. Wenn man die Solution ist, sollt. Das ist ein solvent. Solvent ist es, sollt. Solute is the component that is dissolved in the solvent, that is the component present in lesser quantity, is called solute. Solute plus solvent is the whole solution. Solute is the solution of the liquid and solvent. Solute is the solution of the liquid, the solvent is the solution of the liquid. Drei soluzon-zun. So wie wir zum Beispiel. Liquid in liquid solution. Liquid in liquid solution. In dieser Basis, wir haben die Großen-zun. Glycerin in water solution. Das ist noch ein bisschen wie der Geschlein. Das ist also das Glycerin. Das ist die Geschlein-zunzige Glycerin. Gas in liquid in water solution. unter den Koldern und so des Boden was noch ganz ein Gas Product. Hier kann man dann ein Gas-gasstoffstoff, das ist ein Laubuch. Das ist 78% Nitrogen, 21% Oxygen und 1% der Gas, so sch 하겠습니다 kann man dann auch die gleiche. Also, wir haben eine Solid-insolid-Solutions. Wir haben eine LOS-LOS-LOS-Hierungen. Es gibt einen Brass, das eine Szenzengein. Das ist ein Brass, das ist ein Brass, das eine Szenzengein. Das ist eine Szenzengein. Das ist eine Szenzengein. dass die Zink 30% kommen und die 70% Mr. úl so als wir hierheritinen. Also, wir haben es eine Solution. Die Solütschzehneitch ist eine Homogenes Mixer. Auch wenn du Zink und Copper und Trinken auch immer wiederherholt. Auch wenn du Zink mit Brass und Brass aufst ты willst. kann weil die sehr gute Zink kommen, dann sind wir da drin. Und das ist ein solut und solut ist, dass es die soluточe Probleme gibt. A solution is a homogeneous mixture. The particles of a solution are extremely less than one nanometer in diameter. 1 nanometer has 10 to the power of minus 9 meter. Sie können nicht durch die Naked Eye sehen, mit einem Microscope. Die Partikel in der Solution kann nicht scatterer Light. Das ist, die Part der Light ist nicht visible, die durch die Solution. Die neue Zollüten werden dort einnimm신 ausgeschlossen und ausgeschlossen, dass die eine Zollüten ausgeschlossen werden. Das sagt dann, die Füllüten in den Kaffee der Zollüten ausgeschlossen werden. Die neue Zollüten werden wird nicht mehr verwendet, aber hier wird dann700er Zollüten. Next, the solute particles cannot be separated from the mixture by filtration or no, they settle down when left undisturbed. So, wenn man solute hat, soll man solute hat, soll man solute hat, soll man solute hat. So, wenn man solute hat, soll 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 man solute hat. Wenn der einen Glasko spielt, dann werfen wir hier nach können. Die einen Glasko spielt hier keine Zauberge. Das ist dann genau im Haus. Die Sol connais viele Mechas und die Zauberge. Das sind die Läge und die Zauberge. Now, solubility ist das Konzentration of solubilität. According to solubilität of the substance solution can be of two types. Das ist die Maschinen-Khydropi-Soluzn, wie ein Saturated-Un-Saturated-Soluzn. Diese Maschinen-Khydropi-Soluzn. Aber wir sind die Maschinen-Khydropi-Soluzn. Die Maschinen-Khydropi-Soluzn ist das Wasser-Saturated-Un-Saturated-Soluzn. Solubility of a substance is kareeno. It is usually defined as the maximum number of grams of the substance solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at certain temperature. Temperature is high. Temperature is the solvent of 100 gram. Solute is the maximum number of grams. Solvents in 100 gram of water. Solubility of a substance is not the solubility of a substance. Solubility of a common soil in 100 gram of water is 36.3 gram at 30 degree Celsius. Maschinen-Khydropi-Solubility of a substance is 36.3 gram at 30 degree Celsius. Maschinen-Khydropi-Solubility of a substance is 36.3 gram at 30 degree Celsius. A solution which can dissolve no more of the solute at a given temperature is called a saturated solution. Maschinen-Khydropi-Solosaic-Si hygienic-Solyczs. Maschinen-Nazatae-שהat-מה-STSchiverated-icar and we even that distance we continue to change any solution. Maschinen-Sol sebepunk Kanjbia-sorryation-solución can musique and we continue to change any solution. Unsaturated solution ist, dass die Temperature des Solvents in der Makkata eine Solution ist, dass die Makkata eine Unsaturated solution ist. Die Concentration of a solution ist, dass die Properties of a solution ist. Und die Lösung ist, dass die Mikchern die Makkale hat. Die Humohungen und Heterogenes. Das ist die nächste Video. Video von E-Miners.